Also, ich glaube, das wird dir guttun. Ja, wird Zeit, dass unser Püppchen mal aus dem Schloss rauskommt. Sie wird mir ganz schön fehlen. Wir geben ihr was zu essen mit. Sie könnte Gisbert mitnehmen, dann ist sie nicht so allein. Prinzessin? Oh nein. Ist alles in Ordnung? Nein. Sie wollen nicht, dass ich im Schloss bleibe. Wirklich? Ja, ich hab es doch selbst gehört. Ich will aber nicht von hier weg. Mir gefällt es hier. Warum schicken sie mich denn fort? Vielleicht ist es wegen dem Wackelpudding. Das ist sehr ungezogen. So etwas tut man doch nicht. Das sage ich der Königin, dass du den ganzen Wackelpudding gegessen hast. Oh, wie die Mutter, so die Tochter, eh? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ich glaube, wir müssen ein sehr gutes Versteck finden. Hm? Hm. Hm. Hm.